Hi Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde TTT mit dem Dahlokal. Das bin ich. Und der Anne. Das bin ich. Und Chico. Chico. Goro, Kranz, Porschi, Julia, Caputo, Crap. Das bin ich. Ich bekomme keine Special-Einleitung. Manus ist frei zum Abschluss, Leute. Wegen schlechter Einleitung. Alle wichtigen wurden doch genannt. Aua, 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 aua. Untäuschig. Best Detectives ever. Ihr seid übergebraten. Was ist mit Anne passiert? Was ist da grad allgemein passiert? Was passiert hier? Warum ist hier immer tot? Herr Nils, hast du die getötetet? Nein, die hab ich gefunden. Die hab ich gefunden. Die hab ich gefunden. Ja. Was man drinnen davon behalten. Go, go, go. Kannst du hier behalten. Call me maybe. Levie, levie. Hochi, maybe. Caputo, Caputo. Aber kann man hier fahren? Kann man hier langsachen? Ich weiß nicht. Ich brauche meine Waffe. Nein, aber ich hab nur noch 30 HP. Wer hat Schiebung gemacht? Machst du das da? Warum hast du nur noch 30 HP? Weil du mich angeschossen hast. Oh, Puppenspiel. Puppenspiel, ja. Ich hab nicht geschossen. Heute die neue Show. Hier, Hochi. Mit dem Monster. Ja, das ist toll. Und dann kam das böse Monster an. Und dann kam das böse Monster an. Und dann hat er alle gefressen. Und dann hat er alle gefressen. Und dann hat er auch gefressen. Capuze? War auch noch ein Ritter oder sowas. Hä, Craps hast du grad auf Capuze geschossen? War auch noch Figuren? Nein. Wie sie hier ersassen am Tresen hing. Wie in real life. Nein, ich hab gar nicht geschossen. Ich hab noch die Pumpe. Möchte nicht über Tode lästern. Kann meiner den Detektor holen? Warte mal, jetzt hab ich ein bisschen Respekt. Was hast du da? Hey Capuze. Ja. Ich seh das. Nein, hat er nicht. Shigo guck dich mal ein bisschen um. Oh! Ein Traitor ist gestorben. Ja, ich weiß. Ich hab ihn getötet. Der Great hat... Great the Craps noch gekillt. Warum? Shigo guck dich mal ein bisschen um. Ja, aber wieso hast du das gesehen? Weil er Shigo getötet hat. Ah, das hast du gesehen? DNA. Ah, okay. Wo bist du? Shigo, ich hoffe du hast noch ein paar andere Leute hier gesehen. Ich bin im Tresor. Da kam ne Granate! Von Kellogg's. Wo? Ne Granate von Kellogg's? Kapuze, du warst es. Von Kellogg's. Du schieß mich ab. Ja, du bist gestorben. Du bist zehn. Du bist zehn, dass ich nicht war. Mach. Wer ist an dir vorbeigerannt denn dann? Ich weiß es nicht. Nefi war neben mir. Nefi. 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 Wo ist er denn? Wo ist er denn? Vorsicht, er könnte explodieren. Stimmt. Shigo ist das zweite Mal gestorben, das ist ja traurig. Passt. Da war Nefi. Ach ne. Wieso hast du nicht auf Kapuze? Ich habe auf Kapuze. Gut, wie ein Ding ist es. Warum nicht verdammt? Weil du ne Taube in der Hand hattest. Quatsch. Ja, nice. Warum fühlst du nicht die Taube bei mir nicht? Jedes Mal dasselbe. Du musst genau drauf. Ja, ich weiß, ich muss auf jemanden zielen. Genau. Das ist spaßig. Du musst halt genau zielen. Ja, bei mir, ich habe die auch noch nicht einmal abfeuern können, die Taube. Ich habe schon mal hingekriegt. Ihr müsst einfach mit der Maus so ein bisschen so, als ob ihr epileptischen Anfall habt. Jawoll, die Shotgun. Geht ihr wirklich so beschissen? Nein, du musst halt genau auf der Person zielen. Wenn du auf den Gegner zielst, geht es. Alter, blockier mich jetzt nicht. Oh no, Nefi hat meine Waffe geklaut. Ich habe auch eine huge, noch eine huge. Nefi, 12 Sekunden, mehr schießt du jetzt. Du wahrscheinlich, du hast eine Shotzi. Wenn du hier in den Raum rein rennst, musst du auch mit den Konsequenzen gehen. Ich werde trade up eine huge. Wollen wir nicht sehr viel machen? Bitte? Hallo, ich bin sehr viel. Hinter dir. Das hätte mich ja nicht aufgehalten. Gehst du erstmal schön duschen, bevor wir dich hier rauskommen? Nein, ich bin ein leichter Gamer, ich gehe nie wieder duschen. Oh nein. Du hast schon einmal duschen. Du warst schon mal duschen. Wie? Wie? Damals, als ich noch von meiner Mutter gewaschen wurde. Ich habe auch den Stiegel geschossen. Red! Weg war, Nefi! Gut Gaming ist es auch umgefallen. Alter, hast du mir jetzt die Stiegel geklaut? Du hast die Muni geklaut. Ja. Ich habe nur die Waffe bekommen. Möchtest du die Muni haben, habe ich mir die Muni abgebe bekommen. Wo bist du denn? Ich habe jetzt auch eine Stiegel. Haue ich den Bauch im Trader-Stopp? Ja, ich sage ja, haue ich im Good Gaming. Ja, ich sage ja, haue ich im Good Gaming. Ja, haue ich im Good Gaming. Ja, haue ich im Good Gaming. Warum? Ja, du hier. Also, ich brauche im Good Gaming oder was? Ich brauche im Good Gaming. Warum nicht denn jetzt? Boah, du hast ja voll viel gewonnen, ey. Oder nicht? Ja. Hä? Wo soll ich den Namen sagen? Blackjack und Lutton. Guck so. Hä? Oh, hier ist noch ein Diegel. Warum macht jemand eine Diegel? Wir sind in deinem Alter gefährdet. Ah, ich hänge hier fest. Gibt's die nicht da, Luca? Ja, ich hätte auch gerne eine Schott. Ah, du hast schon eine Diegel. Ich klaue lieber hier das Gold. Okay. Kannst aber schön gerne hier spielen. Ich habe Gold. Das ist Horshi Traitor. Fuck ja. Warum? Leute, Horshi hat sich gerade verraten, wenn er sich jetzt nicht versprochen hat. Ich habe gesagt, du hast einen Diegel, dann haben wir gewonnen. Erst hast du aber gesagt, gib sie ja nicht da, Lu. Dann hast du gesagt, dann haben wir ja gewonnen, wenn er einen hat. Dann bist du ja auch Traitor. Dann bist du ja auch Traitor. Dann bist du ja auch Traitor. Nee, ich glaube Horshi. Hier, Julia Gold. Ja, wundervoll, danke. Oh, er ist tot. Ja. Wunder von Dalu. Boah, Shigo. Kommt davon. Ich wollte nicht erschrecken. Was geht hier ab? Was geht hier ab? Ja, wie funktioniert das, Shigo? Guck mal, wie das hier funktioniert. Hier steht was. Okay, du mal gucken. Ist jetzt überhaupt irgendjemand tot? Der Dalu ist tot. Der Dalu ist tot. Der Dalu ist tot. Was? Call Detective. Anne ist ein Völkerminöver. Zu zweit Dalu. Zu zweit Dalu. Nein. Nein. Oh, Goro. Was ist mit dir? Lass mich. Das ist unser Gold. Lass mich. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Nein. Da ist der Einschlag. Das weil du nicht zielen kannst. Wo ist er? Das ist doch Shigo. Ja, klar. Was ist los, Manus? Komm her. Komm her. Es war ein Spaß. Mann, ich hab nicht abzustellen. Vorsicht, Vorsicht. Leiche, Vorsicht. Leiche. Warum schießt ihr da, Leute? Ich hab keinen Bock. Klopft euch mit Dalu und Shigo. Macht mal. Ich weh nicht. Wer darf es mit? Horchi ist garantiert und du auch, oh Gott. Haben wir es mit umgebracht? Haben wir es mit umgebracht? Wen denn? Der hier in der Ecke liegt. Der hat es mit umgebracht. Sigo, ich hatte die ganze Zeit auf der Leiche drauf. Die ganze Zeit auf der Leiche drauf, genau. Warum? Mhm. Ist das so ein Fetisch von dir, Shigo? Das ist ekel. Ich schreibe meinen Namen auf Leichen. Oh Gott. Dalu, hast du es oder nicht? Das ist ein Siegelschuss gewesen. Ja. Ein Siegelschuss. Denk mal nach, Horchi. Denk mal nach. Das musst du gewesen sein. Ich hab ne Pistel. Treff ich mit der Kugel. Aber Shigo trau jetzt eigentlich nicht zu, dass sie die Leute töten. Siehst du? Siehst du? Aber, 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 dann kriegst du schon Privatstunden oder so. Ne, leider helfen sie nicht. Willst du mit mir tanzen, Dalu zu der Little Lead? Hallo Grenz. Hallo. Wo seid ihr denn? Oh, das ist eine schöne Musik. Dalu, so viel geschossen hab ich nicht getroffen. Doch, Dalu? Keine Einsatz bitte. Er ist doch Dalu. Moment mal, Moment mal. Wie, er hat geschossen und nicht getroffen? Ja. Anne ist es. Anne ist es. Anne ist es. Anne ist ein Faker. Oh, Horchi. Moment Leute. Ja, okay. Horchi. 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 Okay. Horchi. Da ist ein paar Lava. Also ich hab Anne getötet. Warum hörst du immer so zu? Dalu Kart. Was? Ne, ne, es war verdient, es war verdient, es war verdient, es war verdient. Was ist denn jetzt mit Nils hier? Ja, das ist egal. Horchi ist es. Ich hab gerade den Fuß kassiert, weil ich den Vater getötet hab. Leute, ich hab Horchi gekillt. War das Anne? Warte mal, war das Anne? Ich hab Anne getötet. Ja gut, okay, dann war das noch einer. Ich hab's gesehen, weil es ging um ihn vorbei. Ich hab vorhin aus Spaß gesagt, Good Gaming und Horchi. Und ich kann's nicht sein. Das sagen sie alle. Jetzt wär's verdächtig. Ne, ich hab ne bessere Idee. Oh, ein Orbit-Friendship-Launcher kommt, Leute. Auch nö. Ich fang den. Ah, mach ich aus. Mann, geh doch aus, Musik. Ja. Nein. Dankeschön. The Sound of Friendship. Warte mal, wir bringen die jetzt weg. Koro, geh mal weg. Oh, das war wirklich einer. Wow, 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 wow. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Warum habt ihr das gesagt? Da, Luke, please. Was? Hör mir nicht zu. Oh, ich glaub, mein Rechner crashed. Ihr könnt nicht zwei machen. Nicht zwei. Das würde nicht klappen. Ja, sie crashed, glaub ich. Ne, mein B läuft nicht. Ne, ruckelt. Okay, Leute, dann bis zum nächsten Mal. Dank für Zugucken. Nein, noch los. Ja, es läuft wieder, es läuft wieder. Nicht zwei gleichzeitig, das geht nicht. Man sieht nicht, warum man den gezündet hat. Ich wusste nicht, dass der jetzt startet. Doch, sobald die Lampe an der Waffe umschaltet. Ich bin in den Deckel gespawnt. Loll. Cool. Wenn du ein Traitor bist, hol den Prop des Geyser. Wow, geil. Ich bin jetzt hier irgendwo nichts gespawnt. Ich, ich, ich wüsste nicht, dass man... Los. Schubst mich. Der ein Punkt auf der Map gesucht ausgeht irgendwie nicht. Dadurch krieg ich die Shotgun, wuhu. Ich hasse dich, Dalu. Hast du den Weg? Aber ich kann dir durch die ganze Karte gucken. Ich sag euch jetzt immer, wer Traitor ist. Ah, nein! Jetzt wegen dir klingt McSly. McSly geht da weg. Ey, das andere ist doch auf dem Bett hier. Da liegt die Diegel. Wo bist du ungefähr für mein 24? Ey, Dalu, ich hab ne Diegel. Ich hab auch eine, die liegt immer wieder auf dem Bett hier. Komm mal hier. Willst du ne Diegel-Crab? Tapp doch eine. Achso. Nein? Komm, wir setzen auf den Tisch, Grands, hier. Hopp. Ich versteh nicht, wie das geht. Guck mal, lies mal, was da steht. Mach keine Pizza. Was ist das an dem Koffer? Du kannst... Nein, nein. Okay, weg Geld. Oh, ich krieg Geld. Du kannst irgendwie den Würfel... Aber ich weiß nicht, wo der Würfel ist. Gib mein Geld. Gib mein Geld. Survive Parole. Geld, Geld. Das ist ein Tisch vielleicht nicht für TTT. Weißt du, was ich meine? Ja, und? Was willst du mir sagen? Wo ist Jutte Money hin? Jutte Money? Ja, Jutte Money. Ja, Jutte Money. Ich hab's. Nein, doch nicht. Jutte Money, wo ist... Wer hat Jutte Money? So much Jutte Money. Wer macht den Disco? Tja, mein Jutte Money jetzt. Pech gehabt. Wer macht AA? Oh, ich hätte AA gemacht. Mach das Ding eigentlich hier. Schieß dich mal an, der weißt es dir. Das ist wirklich tot. Warum fragst du? Hallo. Na? Weil ich's gerne wissen möchte. Wenn jemand anschießt, schießt es auf dich. Aber du möchtest nicht auf den Traitor-Shop. Was ist denn da oben? Ey, jemand hat mich geschlagen. Das war da. Da oben hat Jutte Money. Der McFly war im Traitor-Shop. Der stand da grad ganz lang. Da oben war wer, da oben war wer, da oben war wer. Weißt du, wie wir das am besten testen? Erschieß ihn mal. Leute, ich glaub, wir müssen die Runde irgendwie neu starten, weil ich bin Traitor und bin am... Ich komm nicht auf die Map. Ich bin nur auf der Welt. Goro, du willst nicht sterben, deswegen schieß nicht auf mich. Da schneiden und drop sie. Ähm. Gop, 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 gop. Ich hab keine Köln jetzt mehr. Ich würd sagen, er stand da. Dann kill dich über die Konsole. Wie geht das? Wie geht das? Kill. Wie mach ich die Konsole? Darf ich vorher Nefi achten? F10. Nein. Es geht hier um den Traitor. Um den Traitor, Maxi. Blick ich hier eine Konsole? Du fragst, traust du dich jetzt? Verarsch ich dich. Ja, nein, kannst du jetzt nicht mehr. Das musst du vorm Spiel starten haben. Ja, dann... Jule, dann... Neu-connecten. Dann drüben ich weg, ich schaff Jule. Ah. Ah. Schön Goro bei. Sehr gut. Ein Humu, ich hab gehört. Ist das der echte Goro bei? Ist das der echte Goro? Ist das der echte Goro? Ah, hier ist das Huhn! Hier ist das Huhn! Hier ist das Huhn! Oh ja. Du sollst behalten, das Huhn. Wenn du hier rechts gehst, Horchi, wie hörst du das? Goro bei. Da liegt Shigo. Da liegt Shigo. Du möchtest du das Huhn gern sehen. Mach dich gut. Okay, nachschieben. Na gut. Was ist das? Oh nein. Shigo ist im Hexler. Ist häng geblieben. Das liegt hier ja gar nicht mehr. Hund ist tot. Bei mir liegt hier noch ne Leiche. Hund ist tot. Das ist sehr guter, oder? Pfff. Kapuze liegt bei dir hier noch ne Leiche. Ja, töte mich. Ja, die Shigo liegt hier, aber ich kann... Scheiß Maus. Mach mal was, ey. Ich heiß Maus. Mach mal was, du bist doch der Bulle hier. Kleiner, ey. Okay, jetzt bin ich selten. Horchi hat Goro erschossen. Ne, er hat das bei dir benutzt. Selber schuld. Meine Maus backt schon wieder. Hab ich's gesagt. Mann. Was ist da los? Hey, Arne? Warum hast du mit dich leben, ne? Weil ich ein paar Mal runtergefallen. Ich dachte im würdigen Platz. Einmal hat Arno mich geschlafen. Ahhhh! Das war aber oben. Das war oben. Das war oben. Boah. Ich war bei dir, Arne, siehst du? Wie kann ich nochmal in einem Team beitreten? Wo war das kaputt? Das war oben. Du weißt, was es da gibt, oder? In diesen weißen Gängen. Ich war bei Arne. Also, ich war's nicht. Ne, ne. Ich weiß, aber mich wird... Würdiger Platz hier. Ne, wohl nicht. Gar nicht. Ist das wirklich? Ich weiß nicht. Hier war die Heilige. Ja, hier war sie. Mann, Arno ist eigentlich safe. Aber ich weiß nicht, wo. Weil hier drin brennt's doch noch. Wenn da nur safe ist. Und da ist noch Detective. Krabs ist noch am Leben. Ja, ich glaube auch Krabs ist ziemlich verdächtig. Hallo, Horchi. Und noch zwei Traitor. Anne ist ziemlich ruhig. Wo brennt's denn hier? Julia war's nicht. Ist es glaube ich nicht. Anne und Krabs? Anne und Nephi? Ich weiß nicht. Anne Krabs? Anne und Nephi? Anne und Nephi würde ich sogar tippen. Ich bin in den Huhn reingelaufen, Horchi. Ich find's nicht. Die ist nicht. Also ich finde, Krabs ist ziemlich verdächtig. Krabs ist ruhig. Ja, irgendwie schon, ne? Krabs sagt auch nichts. Ich glaube, es ist Julia. Auch Nephi ist. Nein. Ich hätte schlangen, glaube ich, geschossen. Ich hätte schon lange auf... Nefias. Please. Krabs ist hier. Wenn ich tot bin, war's Krabs. Oder ich war's. Wie er muted Krabs? Krabs ist noch gemutet, oder? Weil er hat keinen Bock zu reden. Wenn du reden willst, dann müsstest du dich entmuten. Ja eben, Krabs ist gemutet. Nein! Das ist nicht Krabs, oder? Das ist nicht Krabs, oder? Von wem? Julia. Ist das Krabs? Das ist doch gar nicht Krabs, oder? Ist da gerade einer mit einer Leiche gelaufen? Hey, ich? Ich will die, äh... Aufhängen. Er hat nichts gemacht, du und Markus bisher. Also, ich kann... Schieß einfach nicht drauf. Es bringt ja nichts. Wer hat geschossen? Ich auf ein Bild. Oh, ich hab mich... Hä? Oh, ich hab mich... Nefias, Nefias. Vertrau mir. Ah, ich hab schon gesehen, dass du Ino bist. Ich wusste es ja. Das stimmt. Und das war... Sorry, Goro. Ich hatte keine Zeit mehr. Irgendwas musste passieren jetzt. Sorry, Goro. Aber ich... Ich kalt's nicht mal aus. Scheiße. Ja, aber es war... Legitim, dass ich mit der Kunde... Ja, klar. Du bist ja gestorben dafür. Und eine Mühe landet. Ah, war okay. Ich hab mir die Mühe geworfen. Schigo, was war bei dir los? Ähm... Ja, ich hab... Ach... Mein Gott. Kritiger Finger. Kurz... Kurzlose Reaktion über Schigo. Ne, meine... Raus schießt ein, wenn sie Bock hat. Die lenkt einfach ganz gut, wenn sie Bock hat. Macht voll Spaß. Irgend neuer. Am Freitag. Ah, ne YouTube. Ach, diesmal war Horch in den Raum gerannt. Die Kammer. Hey, Grants. Na ja, die Kammer des Schreckens. Ha! Grants, du bist ja... Ich auch nicht. Hey, die Diegel von dem Bett holen. Grants, komm mal wieder ins Handy. Nicht schon wieder. Ah, ich bin Detective, wenn ich jetzt sterbe. Die Diegel. Ich bin Detective, wenn ich jetzt sterbe. Ja, weil Kapuze und Anne, die kommen immer ins Badezimmer, ey. Ich will hier einen abseilen. Nein. Dusch doch eh nie. Ich will hier einen abgeben. Ich will hier einen abgeben. Ich will hier einen abgeben. Hey, komm. Kapuze ins Badezimmer. Au! Oh, aber warum bin ich denn Selfie, ey? Ist da jemand auf Klo? Wie dann Selfie? Disco Pogo. Ey, grants die Kammerade, hau ab! Nils! Nils, Alter, hau ab! Hast du einen Goro getanzt? Hätte ich den Soppen für dich abgedrückt, ey. Mach doch keine Fahne. Anna Ken, lass mich hier raus. Lass mich hier raus. Komm, Shigo, mach ein Selfie. Wenn ich tot bin, dann stoppt Gaming. Selfie! Aua! Nils! Nils! Wo seid ihr denn alle? Ich hab doch, als ob ich auf Shigo geschossen hätte. Dann muss das ein Doppelgänger oder so sein. Ob ich auf Shigo bin. Ich schieß doch nicht Shigo als erstes ab. Nils! Warum mit? Ich schieß doch, Leute! Ja, aber ich schieß doch nicht Shigo als erstes ab. Aber ich hab dich gesehen, Nils! Dann wird's ein Doppelgänger gewesen sein. Ich hab grad mit Shigo ein cooles Selfie gemacht. Du hast auf mich gezielt dann in Shigo dazwischen gegangen. Dann hätt ich... Als ob Shigo dazwischen gehen würde, wenn ich dich ja schießen würde. Ja! Deswegen gehst du auch jetzt mir nach, weil du mich gleich töten bist. Ich bin nicht bei dir! Der zu lieb bist du bei dir! Dann muss ein Doppelgänger sein! Ja, schieß doch einfach. Das ist eine Minute gegangen in Dalu, wo muss ich mich eingestellt haben. Alles haben wir... Der eskaliert einen... Auch noch ein Dead Ringer. Der Limit! Bist du ja jetzt tot? Ja! Ich hab Dalu getötetet. Wir haben da auch so einen Headshot sogar. Shit! Der Kopf hat voll geblutet bei mir auf dem Bildschirm. Alles passt. Alu war es echt? Okay. Ja, Dalu ist... Hast du viel Schaden bekommen, Anne? Aua! Nee, gar keinen Schaden hab ich bekommen. Du hast das Kopfkrammer bekommen bei mir. Hey, Julia! Julia, du hast vor Dalu... Der ist entgegengelaufen. Du bist einfach so vorbeigelaufen. Ja, und? Ja. Und wir haben alle gesagt, ja Dalu, Dalu, du... Bist du auch dabei? Ihr seid gerade aus dem Badezimmer raus. Ich stehe gleich jetzt... Möchtest du in den Müll rein? Na ja. Und jetzt soll ich sein, dass er dich erschießt. Jetzt mach ich's, ja. Jetzt mach ich's. Ja, aber ich habe keine Beweise, dass Dalu es war. Piu! Piu! Horshi, ich hab einen vermutlichen Mero in die Zeit gebracht. Nefi, Nefi! Rechts, Pollenlesen, Pollenlesen. Nein, ich bin so... Nefi, bist du hinter mir? Ja, ja. Du kannst jetzt von mir was lernen. Ah! So kann man Traitor enttarnen. Ich glaube, Anja ist gestorben. Ah, geil! Oh! Was war das denn? Tollgebracht! Du Noob! Du Noob, ey! Wie viele Leichen einfach gestorben sind. Wie viele Leichen... Aua! Hilfe! Doro! Das war was, ey. Hattest du meine DNA von der Bombe? Ja, richtig. Ich habe sogar gesehen, wie du sie geplantet hast, Anne. Das war enddum, Grant. Hier, guck mal. Guck mal. Ich wollte sie ja erst entschärfen, deswegen... Das war total ne Scheiße, ey. Links neben dir stehen die ganzen Leute und du kommst einmal in den Raum mit dem Messer gerannt, aber es hat Horchi nicht gecheckt, Gott sei Dank. Horchi nicht gecheckt, aber ich kriegte da auch nicht die Shotgun raus. Ich hab nichts gesehen, Goro. Er kommt aber mit dem Messer rein in den Raum. So, oh, hier ist ja noch jemand.